Ich grüße euch. Heute möchte ich euch dazu einladen, mit eurem Woodpack zu jammen. Und dazu nimmst du eine Trommelmusik deiner Wahl oder du trommelst und spielst mit anderen Musikanten zusammen. Oder du nimmst etwas auf, mit deinem Handy, deine Rhythmen und dann spielst du dazu. Und hier ein Stück mit Gitarre und Bass und Percussion. Nimm einfach deine Woodpack und entdecke die Musik, spiele und spiele. Es macht so viel Spaß. Hier ist Ingo Gutmann und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit deiner Woodpack.